Moin, herzlich willkommen hier am Freitag, letzter Tag vor dem Wochenende, hoch die Hände Wochenende, Freitag ab 1 macht jeder seins und gut, 5 Euro ins Frasenschwein sozusagen. Wir sind immer noch hier auf der Holzer-Map, ich bin immer noch am Grasballen pressen, damit wir Silage machen können, die wir dringend brauchen. Ich ziehe hier jetzt erstmal so ein bisschen die größeren Sachen weg, die größeren Bahnen, die hier noch liegen und dann geht es gleich ans Wickeln, Ballen wickeln, wo habe ich denn hier noch was, hier habe ich gar nichts mehr. Ja, gerne Seite fahren, wo der Schwader nicht hingekommen ist, kann da noch fleißig sammeln. Ah, da ist was, einmal wenden, nicht gegen den Ballen fahren, nicht doch, nicht doch, nicht doch, schlechte Sichtverhältnisse für mich hier, echt. Da ist, da ist der Schwader. Kann man auch ganz bescheuert sehen. Vielleicht, dass es schon so dunkel ist und dann im Schatten auch noch und dann, dass das Gras schon wieder drüber gewachsen ist, ist schon echt schwierig. Das Leben ist kein Ponyschlägen. Entschuldigung? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2021 ZDF, 2021 ZDF, 2021 ZDF, 2020 ZDF, 2021 ZDF, 2020 Ich sammle hier Reste Ja, da muss noch ein Ballen drin sein. Na bitte. So, jetzt habe ich eine komplett leere Presse. Sehr geil. Sehr geil. Jetzt müssen wir wickeln. Das ist aber auch echt eine schöne Karte. Das kann man nicht anders sagen. Sehr eng. Also ich brauche hier nicht mit einem Drescher mit 13,50 Meter Schnittbreite anfangen. Aber eine sehr, sehr schöne Karte. Wirklich. Jetzt erst mal mache ich das. Ich stelle die Ballenpresse hier am Waschplatz ab. Ich stelle die Ballenpresse hier am Hauschplatz hin. Ich stelle die Ballenpresse hier. Ich stelle die Ballenpresse hier an. habe ich denn überhaupt schon einen Ballenwickler, ich muss jetzt mal gucken, ob ich überhaupt schon einen Ballenwickler habe. Da ist keiner, ich habe noch gar keinen Ballenwickler, ist die doof, oder? Hier habe ich einen Ballenwickler, ok, ich glaube, ja klar, der steht hier im Schuppen. Alles klar, den holen wir uns mal eben. Ich muss unbedingt mal mein Head Tracking wieder aktivieren, das habe ich im LS19 noch gar nicht benutzt, weil das ist eigentlich schon geil. So. Jetzt mal ab. Da steht noch mein Frontgewicht. Voila. Ja. Ja. Da geht noch mal rein. Das ist gut, oder? Es geht noch mal. Okay. Das ist gut, oder? der spiegel ist ja auch selten dämlich angebracht ja Untertitelung des ZDF, 2020 Das kann dauern, aber es muss gemacht werden. 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 Ja, da kommen doch ein paar Ballen zusammen. Das ist gar nicht so schlecht. Das kann dauern, aber es muss gemacht werden. Habe ich eigentlich einen Schlafträger hier irgendwo? Kann man das eigentlich auf der Karte sehen? Kann ich einen Schlafträger? Kann ich einen Schlafträger machen? Kann ich einen Schlafträger gehen. Schade. Muss ich mir nochmal ein Farmhaus hinstellen? Oder eine Bank gibt es ja auch, wo man sich hinlegen kann zu schlafen. Oder dass die Nacht schneller umgeht. Ich kann ja auch nachts die Zeit hochdrehen. Schade. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020